In 300 Metern links abbiegen, in den Mannweg. Sollte man verbringen. Da eine der Sasse muss runter, nichts getan. Die Brüche haben gesehen. Jetzt links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. In 500 Metern den Beweis mit Wehr an der zweiten Aussage verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Aussage verlassen. In die Bahnhofstraße. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Aussage verlassen. In 200 Metern rechts abbiegen. In die Allwindstraße. Dann links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Aussage verlassen. In 300 Metern am Ende der Strasse rechts abbiegen. Auf dem B3, unterer Hauptstrasse. Jetzt rechts abbiegen. In 300 Metern. Von links sollte er nichts holen. So, dann mal weiter nach. 5,6 Kilometer der Strasse folgen. Das kleine Mädchen hat eben einen Saal im Reifen. 3,5 Kilometer der Strasse folgen. 3,5 Kilometer der Strasse folgen. 4 Kilometer der Strasse folgen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018